Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Final Fantasy X Ja, wir gehen mal hier jetzt weiter Chocobo, ey Oh, alter Zentimeter, och ne Der ist zu stark Scheiße, wie war das nochmal mit dem Flie? Lady Summoner, was are you doing here? We may have to fight here as well, stay alert Ein Geschenk für das Medium, bitte benutzt es Exposional Hallen Jupp, Hallen, warte Diese Nische da Ist zwar verdächtig, aber leider Oh nein, nicht zwei von diesen Figern Christmas I love you I love you Okay, nice! Oh! Oh! Hohohoho! Wie ist es mit Medina? Aua! Habe ich das gerade nicht richtig gesehen? Aber guck mal hier! Hier gehts nach oben! Willst du hier nach oben? Warum? Ach, darum! Torbsuchtreif erhalten! Und weiter gehts! Ihr solltet ebenfalls auf alles gefasst sein! Das hier wird euch nützlich sein! Vielen Dank, Geld erhalten! Danke! Ich weiß zwar nicht, was man mit Geld auf einem schlägt! Ein Schlachtfeld machen wir aber egal! Juna! Mach mal bitte! X-Grid! X-Grid! Oren! Greif ihn! Juno! Macht Eis auf Feuer! Juno! Macht meist mal die... X-Folge! Sollt ihr eigentlich... das nicht ersetzen, sondern... erweitern! Genau! Und... Juno! Machen wir mal welchen... ... 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 Gata Deserves better At least there's no chance he'll get hurt Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready Our job is to keep Sin at bay till they're done Waka I might not get another chance to say this It's about your brother Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist I'm sorry Waka! That's enough, Waka! When we used to play Blitz together, Chapu used to say He said that When we won the cup, yeah He proposed to Lulu And then one day He goes off and becomes a crusader Just like that Yeah Chapu also said to me That being with your girl Is good But keeping Sin far away from her Is better Lulu You knew? Luzu told me Before we left She hit me too All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach That's my cue Luzu Don't die out there So you can hit me more? Lots, lots more Zuluzu Please Please don't go I have to, Yuna Let him go The man has already chosen his path As you did When you became a summoner It would be a long time Before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day Was ich eben sagen wollte Ein bisschen besser Hätten Also ein bisschen mehr Mühe hätten sie sich schon bei den Synchronisationen geben können Die Tante auf den Schokobo Das hat sich angehört als ob sie im selben Raum wäre Obwohl die da unten war Und durch die Gegend geholt hat Da hätte man irgendwie noch so einen Hall rein Halt, dass es sich nach draußen anhört Naja Aber ansonsten ist das Spiel perfekt Es ist super Naja, perfekt nicht, aber es ist super Absolut lieber Das ist ein Maschinaaufzug Der von den Albetern gebaut wurde Wenn sie den Schokort hier wollen, wird er zu sehen Okay Ähm Ah Ähm Ah, ähm Ah 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 Kurses! Ow! Er ist wirklich liebt, oder? Chapu. Er hat die Wachka gegeben, in Besaid. Und er kämpft mit einem Albed-Machina-Wepon. Das hat nichts zu tun mit. Ich hasse einfach diese sacrilegischen Kontraptionen. Keine Truhe. Keine Truhe. Die Kamera hier ist echt beschissen. Mein Brau bei Chasen ist die Ganone verrutscht. Ich habe wohl zu viel Schießpulver genommen. Tja. Nehmt besser Scheißpulver. Oh Gott. Es tut mir leid. Hey, bleib hier, 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 bleib hier. Ja. 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 Machina, weg. Machina. Heißen die jetzt Makina oder Maschina? Ich nenne sie einfach Maschina. Maschin, Maschina, also. Oh Mann. Chocoboy. Die Arm. Ja. 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 Nom 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 It won't work anyway Don't say that It might be a hopeless campaign And it might mean defying Yevon But the Crusaders And the Albed They're doing their best to defeat Sin They want to rid Spira of Sin forever And that's just what we want too Isn't it? Isn't it? All right, all right But I still think Mackinac are bad news They're forbidden for a reason Lady Summoner, there you are The command center is that way Maester Keenock is also there Maester Keenock too? Yes, please hurry my lady What was that? I would say We are the next people Until then Bye 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 Bye